Gemüse erzeugen. Und wenn was süß schmeckt, dann schmeckt es jedem. Weil die meisten wollen irgendwas nicht, weil es nach Gemüse pur schmeckt. Also du empfiehlst, wenn man solche Gemüse jetzt andräht, das für Gemüsesorte für Gemüsesorte zu machen? Genau. Ich brauche sie alle einzeln und dann gebe ich sie wieder zusammen. Dann gebe ich Olivenöl, Essig dran. Und dann ist deine Vinaigrette fertig, die ist sensationell gut, weil jedes einzelne Gemüse den Geschmack gefaltet hat. Und ich kann es auch für zwei, drei, vier Tage vor. Es ist für die Sommersaison zu grillen, für jedes Fleisch. Es ist für den Fisch unglaublich lecker. Und mehr Salz, denke ich, oder? Und immer mehr Salz. Ja, ja. Glaubst du?